Hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Valkyria Chronicles und es geht auch direkt los mit dem Zug des Gegners. Schauen wir mal was er machen wird, wer jetzt ins Gras beißt. Okay, sie sind anscheinend aufmerksam geworden. Ja, sie plärren nach Hilfe. Okay. Ja, sie können über ihre Camps... The only way to stop. Okay, das einzige Weg ist ganz schnell die gegnerischen Camps einzunehmen. Requesting Reinforcements. Und cool. Oh oh. Oh, Glück gehabt. Oh, der kann immer noch eine zweite Runde. Und das macht der auch, der Penner. Boah, bist du ein Arschloch. Well, this is your... Okay, das ist ein Arschloch. Oh, das ist ein. Oh, das ist ein. Guckt mal... Stollen wir mal, wie wir uns schubzen wie die Ecke nehmen? Beste mal anschaut. Oh, ja. Ah Gott sei Dank doch! ja ich mir mal ab reicht noch nicht verarschen So, weiter geht's nicht mehr. Das ist ein Lancer. Oh, ja, den sollte ich vielleicht möglichst schnell außer Gefecht setzen. Willst du mich verarschen? Das macht mir kaum damage. Ja, ausgezeichnet. Hm. Ich hab auch nicht mehr so die Welt an Leuten. Das ist nicht so cool. So, da springen wir mal noch ein Panzer weg. Oder auch nicht. Ah, da verlässt man sich einmal auf Tisch. Geht doch. Ja, er gibt nicht so an. So, dann muss hier das Schätzelein jetzt quasi eine Granate dem Idioten an die Rummel schmeißen. Dass der mal down geht. Nein, zu langsam. Scheiße. Ja... Jetzt! So, sitzt du gut. Arschloch. Mal auf die Map gucken. Da sind Lancer, dann sollte ich vielleicht mal in Deckung gehen. Lancer, bitte keep track of your ammo. Ah, der hat gar keine Granaten. Das ist uncool. Willst mich veräppeln. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe keine Money mehr. Ach, Kacke. Kannst du selber heilen? Hoffentlich. Puh, immerhin. Auch wenn er wahrscheinlich trotzdem gleich drauf gehen wird. Ach, den muss ich auch mal vorholen. Jetzt habe ich natürlich nur einen Zug für die. Das ist Kacke. Oh, ich glaube, das war mein letzter Zug. Scheiße, Verstärkung ist da. Oh. 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 Willst du mich verarschen? Oh. Ja, komm, noch näher. Kannst du ja nicht mal was mehr wehren. Komm, wir wählen doch schon nochmal aus, ne? Das Gute ist natürlich, dass sie nicht allzu viel Command Points mehr haben, ne? Nur fünf, fünf Stück? Oder sechs? Ups. Uh, Glück gehabt. Schock Trooper könnte mich zerrupfen. Ah, der kommt jetzt noch. Oh ja, das war schon eine ganze Gegenwehr. Das war aber erbärmlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, also die muss auf jeden Fall mal näher kommen. Und da geht noch ein Command Point verloren. Sehr schön. Ja, bist die Beste. Ja, das haben wir jetzt auch schon oft genug gesehen, das Video. Tschüss. Tschüss. So, das war wichtig, dass ich das erreicht habe. Das reicht nicht. Den können nicht töten. Der ist glaube ich ganz gut. Daumen drücken. Warum klappt das? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja. Wahrscheinlich, ja. Hm. Ich treffe mich eher überhaupt nichts damit. Ich muss in Deckung. Ich muss ganz schnell hier weg. Du musst dich auf jeden Fall jetzt erstmal holen, sonst haben wir nicht mehr viel Spaß mit dir. Was sieben müssen treffen? Scheiße. Ah, super. Okay, ich fahre trotzdem weiter. Den Rest muss der Scout machen. Soll ich von hier? Ne, ich kann ruhig, ich kann ruhig näher rangehen. Ah, das trifft schon eher. Ja. Gut. Ich versuche noch, die Anti-Tank-Einheit da außer Gefecht zu setzen. Das wäre auch sehr wichtig. Oh, scheiße. Der hält noch einiges aus. Der hält noch einiges aus. Der hält noch einiges aus. Kann ich den Panzer noch mal benutzen? Nee, okay. Aber die können auch nur einmal den Panzer angreifen. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen, das Ding einzunehmen. Oh, ich doof guck. Scheiße, die haben ja noch ein Panzer. Uncool. Uncool. Sau-uncool. Yes! Noch eine weniger. Ausgezeichnet. Noch ist nicht aller Tage abends. Okay, was auch immer das jetzt war. Okay, was der macht, kann man sich wahrscheinlich denken. Ja. Oh, ich muss den Panzer und den Lenzer da außer Gefecht setzen. So, ich muss hier mal versuchen, dass ich mit dem noch in Reichweite komme. Scheiße, da komme ich nicht durch. Komm, lauf, 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 lauf. Ich treffe nicht meinen eigenen Panzer. Das wäre peinlich. Okay, irgendwas habe ich glaube ich getroffen, aber ich weiß gerade nicht was. Na, den lasse ich besser noch weg. Okay, Lanzer down. Ja, ich kann den eigentlich nur hier stehen. Ja, ich kann das nicht nur hier lassen. Badabii, badabuuu. Was ist jetzt? Äh, eigentlich würde ich das nicht. Gib ihm! Yes! Getroffen. Ah, ich versuche mit dem auch mein Glück. Sehr schön. Ach, die treffen schon nicht bis hierhin. Würde mich wundern. Was ist denn gut? Anti-Armor? Kann ich nur ausschalten. Na, mach ich das doch, oder? Yes! Das ist ausgezeichnet. Also kann eigentlich der Tank von fast nichts mehr ausgeschaltet werden. So. Und du legst den mal um. Sehr schön, ausgezeichnet. So, womit greife ich denn jetzt noch an? Eigentlich am besten noch mal mit ihr. Ja, hm. Zwei nicht viel Schaden, aber besser als nix. So, und dann beenden wir jetzt auch die Phase. Jo, ich habe jetzt beim letzten Mal versprochen, dass das die letzte Folge von dem Kampf sein wird, aber ich glaube, eine kriegen wir noch hin. Also, dann, ähm, ja, schaut das nächste Mal wieder rein. Und, ähm, bis dann macht's gut. Bleibt cremig. Ciao! Ciao!